Der ist einer P, der ist einer P! Hinten drauf! Ey, meine Waffe ist verpackt, man! Ich komm leider nicht hinterher. Meine Waffe ist verpackt, meine Pistole hat vier Mal versucht nachzuladen und hat es nicht einmal geschafft. Ich wollte eigentlich reinspringen, ich bin in der Tür hängen geblieben. Und dann, ja. Spannend, ich zieh mal eine Drohne. Wo ist denn der Zug? Da hinten. Scheiße. Ach, hattest du da was hingeworfen oder was? Ey, der hat das vermieden hingeworfen, ja man. Ah, da kommt ein Auto. Direkt auf dem Zug. Shieldbrake. Nockt einer. Ah, du bist... Ich mach einen Shieldbrake und noch ein paar Hates rein. You gotta be kidding me. Sorry. Nein, ich gönn's dir. Ich gönn's dir. Habe ich die nur abbekommen? Ja, ja. Ich hab schon drei Shields. Ja, die sind direkt bei mir. Da sind mehrere. Ich hab einen noch bei mir. Ich heile mich. Das sind zwei Teams vorsicht, ne? Du bist noch nicht tot. Das ist eine Drohne, ne? Das wärst du. Ich hab nen Herzschlag. ich sehe nach norden nicht auch nichts wo genau dahinter ich verstehe die welt nicht mehr ich habe auch darauf erläuft 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 nach hinten weg es gibt mir muss man auch mal hinkriegen ja muss man auch mal stehen also grad unverständliche sachen laufen hier ich glaube ich bin nicht sicher weil du hast auch geredet ich glaube er hat was gesagt das weiß der bank dass ich da bin den oben das bounty habe ich nocht ist dann mal rüber zu dir nichts würde erst reingelaufen ich habe den g break geschossen okay die krieg und hier läuft nach hinten weg schade baut ist nach hinten weg zwei sind ob ja jetzt sehen wir plötzlich ein das ist bitter ich glaube ich krieg dich nicht mehr er pusht aber nicht warte 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 der war hinten rechts im zimmer ja der ist immer noch dort alles gut schön sein mate war über uns der war aber so viel schleim auf meinen stimmenbändern ich dachte ich bin auf einmal kettenraucher seit 100 jahren bei mir ist auch was auf der bank auf der bank drauf aber noch aufklärung online die zwei bei ich will auch nicht schon waren er lässt mich nicht rauf ich will ich komme nicht aufs dach auf hier komme nicht rauf ich komme nicht ich versuche die ganze ans scheiß dach zu kommen weg das war übrigens der den nicht schon getötet hatte meine gute dann hast du den getötet ich hab zu kurze beine jetzt haben wir keine drohne oh da oben oh da klettert einer gerade hoch der ist ko und auf den dach ja genau der für dich stehen jetzt noch für mich oder ja ist der mate oh ich werde von hinten gesnipen wo ja da unten einer shield hit ich mach Gulag passiert sowas wenn man da oben oben steht kacke nein ich treff grad nicht das sind die jungs die da weißt du die die eine die eine immer nicht trifft ist hier die gestunnt tadaa einen hab ich nockt der andere war bei der bank ungefähr hat die sind weiter gelaufen ne der eine ist hier in der garage finished ich hole erstmal meine sachen ich hab den bogen leider genommen bitte um verzeihung die habe ich denn nicht gehört der gott der hell komm ich mal helfen ja ähmt er ab oder was ja wo genau ist der der ist runtergesprochen links habe ich auf jeden fall noch jemand mitbekommen der die ganze geschossen hat das heißt der muss ist ja auch noch aus und wahrscheinlich irgendwo auf dem dach rum pimmeln nein von hinten sniper auf dem building der unten hat mich abgeschossen auch noch nice dankeschön oh der ist das feite gewesen der ist auch dort man feindliche drohne über uns ich habe Totenstelle gezogen wieder links wieder links wieder noch der rennt hier der kommt geht Richtung Richtung Tower dahinten downtown Tower dahinten der ist weg nach hinten oder was Richtung Süden er auf der linken Seite sagen wir es so ich wurde von rechts gesniped im Süden irgendwo ok ich habe irgendwie kriege ich gerade wieder alles ab nein nicht hier unten was ist das irgendwo von der Brücke oder so hier unten down vielleicht war der das mhm das war der mate da oh du wirst gejagt mittlerweile das kommt sogar closer ich komme zu dir rüber von links oben ich weiß gar nicht wo genau komplett oben drauf einer noch du bist da halt auch alle runter ich glaube so die wird halt auch nichts also hospi oben drauf tatsächlich da ist auch noch jemand und hier bei der Treppe nehme neue Position ein ja oben drauf sind zwei einen hatte ich nockt sie ist hier drinne jetzt hinten rechts gerade und er läuft sie crack nockt finished nice wichtig jetzt hospi der Dach ja also den oberen hatte ich eben nockt weiß nicht ob das jetzt noch zählt die Spreng die Spreng Sheep break die hintere chaot top und links müsste ja noch der mate sein glaube ich rechts unten jetzt ne hier links wo 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 nein der ist hier in die Garage musst du nachladen das ist schon noch die beste Pose das ist ja so neun Feinde sind noch aktiv aufspüren und ausschalten dann sehe ich einen nockt go ich weiß leider nicht wo hier unten ist da ach da he ah ja da links unten aber auch äh also jetzt links dem uns ne ja du musst jetzt laufende Typ der ist hier scheiße wir haben mich im Visier cheat hit nice der ist safe dann ja ja ich wurde abgeschossen da ist noch einer da ist noch einer shit scheiße man safe? ja aber ich habe kein safe risk also relativ safe ne ok ich habe einen Finish nice der kommt der kommt der kommt hier live ping ja sorry er wurde grau gerade alles gut ich habe den halt nicht mal gesehen ah scheiße man ich habe den halt nicht mal gesehen ok er hat die bessere Pose ich wurde von der Kilo mit der Wahl getötet aber das war doch die vom Hospice dachte ich oder nicht? hm irgendwie nicht glaube ich ne? scheiße ich dachte das wären die bis sie mit hein sch weg hin 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 hin